Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Tatami, der am 1. August in den deutschen Kinos startet. Ich bin der Stu, ich habe keinen schwarzen Gürtel. Lieder, welchen Gürtel hast du? Ich habe tatsächlich den gelben. In Judo? Nee, in Taekwondo. Oh, okay, Gott sei Dank, weil ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich finde ja, Judo ist so ein bisschen, ja, das Jiu-Jitsu der Bausparer. Also irgendwie die uncoolste Kampfsportart, die es gibt. Als ich jung war und das ist ein paar Jahre her, hat irgendwie gefühlt jeder Judo gemacht und ich fand es immer ein bisschen affig, weil, weißt du, die coolen Kids, das ist die Cotton Karate, Kung Fu, Taekwondo. Aber Judo war immer nur so ein bisschen so festhalten und abrollen. Ich meine, das ist natürlich jetzt falsch gesagt, aber es wirkte zumindest damals auf mich. Deswegen freut es mich, liebe Lieder, dass du zumindest weißt, wie man richtig Kampfsport macht. Oh ja, absolut. Gut, dann fühle ich mich auch gerade viel, viel sicherer. Ebenfalls sicher fühle ich mich, weil du mir jetzt sagen kannst, Tatami, worum geht es da eigentlich? In dem von Guy Nettif und Tsar Amir Ebrahimi inszenierten Drama geht es um eine junge iranische Sportlerin. Layla ist Judo-Wettkämpferin und trainiert mit ihrer Trainerin Mariam Hart für die Weltmeisterschaft, um zum ersten Mal für den Iran eine Goldmedaille zu gewinnen. Aber es kommt da zu politischen Zwischenfällen, die verhindern sollen, dass sie an diesem Wettkampf vollkommen teilnimmt. Und da sie dort nämlich unter anderem auch gegen einen israelischen Athleten antreten könnte, was das Mullah-Regime verhindern will. Und sie als Frau in diesem Männersport ist sowieso suspekt, sodass sie dann gezwungen werden soll, unter dem Vorfall einer Verletzung aus dem Wettkampf auszusteigen. Aber Layla will sich ihre Chance auf den Sieg nicht nehmen lassen und macht sich dabei beim Regime nicht nur unbeliebt, sondern muss bald auch um ihre Sicherheit fürchten. Vielen Dank. Helf mir auf die Sprünge. Ich habe mich ein bisschen informiert, das beruht auf einer wahren Geschichte, aber die ist dann doch nicht ganz so abgelaufen, wie jetzt im Film gezeigt, oder? So habe ich es auch gelesen, dass diese Grundsituation, dass diese Sportlerin eben für den Iran antrat und gezwungen werden sollte, unter einem Vorwand den Wettkampf zu verlassen, also auszuscheiden, dass das wohl die wahre Basis sei. Sei das aber diese Extreme, zu denen es dann in diesem Film kriminalistisch und mit ein bisschen Action auch kommt, so nicht stattgefunden hat. Ich finde diesen Film aus zwei Gründen sehr stark. Zum einen, weil diese Geschichte, wie gesagt, auf einer wahren Basis, nenne ich es mal, basiert. Und ich nehme das immer mit, wenn solche unfairen Sachen passieren. Denn diese Wettkämpferin, diese Leila, die macht ja wirklich alles. Und sie erweist sich ja zu Beginn des Films auch als gar nicht so politisch. Stellt ja wirklich nur ihren Sport erstmal im Kopf, ihren Wettkampf. Sie möchte ja wirklich beweisen, dass sie es kann. Und ist es ja auch irgendwie gewohnt, von den Oberen in ihrem Land drangsaliert zu werden. Und aus dieser, ich möchte sagen, aus diesem politischen, gesellschaftlichen Drama entspinnt sich über nach und nach ja fast schon auch ein Thriller. Denn der Film springt ja hin und wieder auch in ihre iranische Heimat, wo ihr Mann mit ihrem Sohn dann beginnt auch die Flucht zu organisieren. Und dann ist es auch so, dass hier innerhalb der Wettkampf-Arena auch dann von, ich möchte mal sagen, ich nenne es mal Agenten, halt auch drangsaliert wird. Und das ergab irgendwann so eine Art Spannungsschraube, die fast schon Hitchcockian war. Weil ich irgendwann gebannt wirklich den Hintergrund abgesucht habe, weil ich dachte, gleich kommt irgendwie aus dem Hintergrund einer von diesen bösen Typen und macht irgendwas mit ihr. Das war eine echt sehr intensive Kombination für mich. Hast du den Film auch als Spannungsfilm wahrgenommen oder war das für dich mehr ein Drama? Das war für mich definitiv ein Spannungsfilm. Ich würde auch sagen, dass das mehr Krimi als Sportfilm ist, auch wenn der Sport hier eine entscheidende Rolle spielt. Und natürlich ist es auch die ganze Zeit um ein feministisches Element gibt und wir da sehr starke Darstellerinnen haben, die uns die Figuren auch glaubhaft vermitteln. Wir sehen also diesen Konflikt dieser Sportlerinnen, die ja auch nicht nur an sich selber, sondern wie du schon gesagt hast, an ihren Mann, an ihre Kinder denken muss. Also die klassische Konstellation, die da oft so ist, der Mann macht irgendwas Gefährliches, die Frau sitzt zu Hause mit den Kindern und muss irgendwie geschützt werden. Die ist hier ins Gegenteil verdreht. Und wir sehen natürlich, wenn auch nur sehr marginal an der Handlung, davon hätte ich gerne etwas mehr gehabt, wie schwer es Sportlerinnen im Iran haben. Inzwischen ist ja noch weniger für Frauen dort sportlich möglich, als bisher schon der Fall war. Aber dass trotz kompletter Bedeckung und allem schon überhaupt diese Präsenz von Frauen für das Regime eine Art Provokation darstellt, selbst wenn sie, wie hier unsere Hauptfigur, Gold erkämpfen wollen oder Top-Finalistinnen sind. Ja, und ich finde auch, dass der Film, der, wie gesagt, du hast es schon gesagt, von zwei Leuten inszeniert wurde. Einmal von einer Iranerin, die auch hier übrigens eine Rolle spielt, nämlich die der Trainerin Mariam und von einem Israeli. Ich fand, dass der Film unglaublich stark und vor allem auch präzise inszeniert worden ist. Er vertraut ja auf Schwarz-Weiß-Bilder und diese ganze Handlung wird auch sehr konzentriert erzählt. Also die meiste Zeit der Handlung sind wir ja wirklich in dieser Arena und obwohl wir das Publikum zum Beispiel hören, sehen wir selten wirklich das Publikum. Wir sind wirklich immer ganz nah an den Hauptfiguren dran und das hat für mich die Intensität doch mal ein bisschen verstärkt. Und ich saß irgendwann wie gebannt auf der Kante meines Kinosessels und habe wirklich mitgefiebert, was zwar dafür geführt hat, dass mir die politische und gesellschaftliche Dimension dann, muss ich ehrlich sagen, fast schon egal war, weil es für mich dann, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich wirklich mehr ein Spannungsfilm ist, auch wenn natürlich andere Gruppen nicht noch beinhaltet. Das ist aber absolut verständlich, da das nämlich, wie du schon sagtest, du hast es als Spannungsfilm wahrgenommen. Das ist er auch, denn auch wenn diese politischen Aspekte hier definitiv eine Rolle in der Handlung spielen, ist das kein Statementfilm oder kein durchdachtes politisches Drama. Diese Faktoren sind da und sie geben dem Plot noch mehr Substanz, aber sie sind eben nicht das, worum sich hier alles dreht. Sonst ist eben umgekehrt die Spannung, die Suspense und auch ein bisschen Action am Ende sind der Kern der Handlung. Darum geht es und die Co-Regisseure, die du schon erwähnt hast, Zar Amir Ibrahimi, ist selber auch Schauspielerin außerhalb dieser Rolle, hat sie nämlich zum Beispiel in Ali Abashis Holy Spider die Hauptrolle gespielt und das ganz ausgezeichnet. Also wir merken, dass sie auch selber in kriminalistischen Rollen geübt ist und da absolut beides tragen kann, Inszenierung und Darstellung. Und diese Konfrontationen, die ja auch zwischen Layla und ihrer Trainerin stattfinden, sind enorm spannend und geben dem Film immer eine beständige Suspense, eine Ungewissheit, dass man wirklich nicht weiß, wie wird denn diese Story jetzt weitergehen. Und vor allem ist es ja auch sehr stark, dass zwischen Kämpferin und Trainerin ja irgendwann auch so ein Konflikt aufkommt. Und sie stehen ja beide auf der gleichen Seite, aber während halt Layla ja recht früh bereit ist für ihren Auftritt, also für ihre Chance auf den Titel zu kämpfen, also auch gegen die Obrigkeit, ist es ja so, dass ihre Trainerin eher versucht, nee lass mal lieber. Und man merkt eben auch, dass sie vermutlich in der Vergangenheit schon auch andere Erfahrungen gemacht hat, auch Erfahrungen, die nicht so positiv waren, um es mal so auszudrücken. Das wird sicherlich angedeutet. Es bleibt hier einiges im Dunkeln. Wir haben also immer ein paar unklare, bedrohliche Elemente, wo man sich wirklich fragt, was kann das Regime noch tun, wenn man dann merkt, die bestimmte Anschläge zum Beispiel auf Layla verübt werden, in welcher Gefahr sie sich eigentlich selbst in diesem vermeintlich neutralen Raum des Wettkampfes befindet. Und wir ja auch durchaus in den Medien hören, wie hochrangige politische Personen international umgebracht oder gesundheitlich schwer geschädigt werden, weil Regime auf sie Attentate verüben. Also dass dieses Szenario, auch wenn man jetzt meinen könnte, aber bei einer Sportlerin, die hier im Wettkampf antritt, ist das wirklich so, ist das so relevant, ist ja keine Präsidentin oder dergleichen, dass man da jetzt so einen Druck ausüben muss. Aber das ist es offenbar. Und wenn man sieht, was für Crackdowns es im Iran gibt, und das hat mich zum Teil auch an einen anderen Film erinnert, nämlich Orca, wo es um eine Schwimmerin geht, die einen Tauch, nee, es war keine Tauchweltmeisterschaft, sondern sie möchte einen, es war kein Tauchrekord, sondern einen Schwimmrekord im offenen Wasser, den sie brechen möchte, um dann den Weltspitzenrangen im Schwimmen aufzustellen. Wie massiv die angegriffen wird, sowohl von Polizei als auch von Zivilisten, bei den Versuchen einfach nur diesen Sport auszuüben, obwohl sie eben eine Taucheruniform, die den ganzen Körper inklusive Haare und alles bedeckt trägt und darüber noch ein weites Gewand, was sie im Wasser ja nochmal schwerer macht und eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Aber dass diese Szenarien also absolut real sind. Ja, es hat für mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, muss ich ehrlich sagen, auch mir das zu akzeptieren, sage ich mal, weil ganz ehrlich, es geht halt um Judo. Judo ist halt in meiner Perspektive jetzt kein Massensport. Also wenn das jetzt bei Leichtathletik gewesen wäre, was ich für Eiskunstlauf oder so, wo ich auch das Gefühl habe, dass da wirklich viele Menschen investiert sind, hätte ich es, glaube ich, schon eher verstehen können, dass sie so reagieren. Aber bei Judo, aber gut, ich bin halt sportlich auch nicht interessiert und ich fand es dann auch echt interessant zu sehen, dass sie ja von der iranischen Regierung ja echt recht früh auch zurückgepfiffen wird. Also es gibt ja nur darum, dass es möglicherweise dazu kommt, dass es zu diesem Kampf Iran gegen Israel kommt. Das ist ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht klar. Es kann ja auch sein, dass die israelische Kandidatin rausfliegt, dass die irgendwie anders los wird oder sonst was. Und da dachte ich mir auch so, diese politische Dimension, die wurde mir tatsächlich nicht ganz richtig erläutert. Also wenn du, so wie ich, dumm und ungebildet bist, gab es da schon ein paar Momente, wo ich dachte, okay, das scheint anscheinend ein Ding zu sein, das so nicht gern gesehen wird. Ja, mir war jetzt auch nicht von Anfang an komplett klar, warum das jetzt so ein Drama darstellen sollte, dass diese beiden da gegeneinander antreten. Zumal eben, wie du sagst, es ja auch einfach möglich wäre, dass dieser Kampf anders aufgestellt wird und dann nicht stattfindet. Aber es ist eben auch diese Atmosphäre, dass man da deutlich merkt, dass eine Frau aus dem Iran da am besten gar nicht teilnehmen sollte. Und es gibt ja auch nur ganz wenige Frauensportarten, die im Iran noch gestattet sind. Also diese bedrückende Atmosphäre und auch wie der Aktionsrahmen der Hauptfigur, die ja bis zu Ende kämpfen möchte, auch auf der Matte, sich immer weiter verengt. Das sehen wir ganz hervorragend, auch durch die starken Bilder von Kameramann Todd Martin unterstrichen. Wir haben Schwarz-Weiß-Bilder. Der ganze Film ist in Schwarz-Weiß. Und das gibt ihm auch schon eine fast Film-Noir-mäßige Aura, auch wenn es manchmal ein wenig ins Kunsthandwerkliche abdriften kann. Aber da stimmen wirklich Optik und Inhalt überein. Also man hat hier hervorragende Spannungsunterhaltung. Ja, fand ich auch. Also ich war doch sehr angetan. Und ich merke halt auch immer, dass der mich da auch wirklich bekommen hat. Also ich war dann, wie ich schon sagte, ich saß auf der Kante meines Platzes und der Film fing halt so an. Ich dachte, okay, das wird jetzt so ein, sagen wir ehrlich, so ein Arthaus-Drama. Aber ist er nicht. Er ist wirklich ein sehr packender Spannungsfilm. Und ich merkte auch irgendwann, es geht mir ganz oft so, wenn ich so unfaire Sachen in Filmen beobachte, dass ich dann oft so verfalle in so eine Art Genre-Denken. Oder Genre-Hoffnung oder Träume. Ich denke, okay, und jetzt nimmt Leila diesen komischen Sack, der sie gerade bedroht, und macht den fertig. Die kann halt Judo. Aber das passiert halt nicht. Den Gefallen tut der Film einen nicht. Und deswegen wirkt er dann auch noch mal länger nach. Ich möchte nicht sagen, wie der Film endet, aber er endet schon auf eine schon positive Note. Aber trotz allem schwingt da halt eben immer noch sehr viel Tragisches mit drin. Weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es ist ja nicht nur so, dass Leilas Mann mit dem Jungen, also mit dem Sohn pflicht schüttet. Es ist ja auch so, dass ihr Vater auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das ist auch ziemlich, also der Film ist nicht explizit brutal. Das hat er gar nicht notwendig. Aber trotz allem, wenn diese, ich nenne es mal, Geheimpolizei da auftaucht, dann hat das schon eine gewisse Wuchtigkeit, finde ich. Absolut. Das ist hier emotional auch noch mal verstärkt, dadurch, dass eben diese familiäre Dynamik entsteht. Und das zeigt uns auch, dass hier das Drehbuch, an dem ja auch die beiden zusammen mitgearbeitet haben, gut entwickelt ist. Und dass sich wirklich da Gedanken gemacht wurden, aus dem Material, was sie hatten, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Für mich wäre persönlich auch interessant gewesen, wie viel die Filmschaffenden hier mit der realen Figur, die dahinter steht, zu tun hatten. Ob sie sich da informiert hatten, oder ob das Ganze eben nur komplett ihr Fantasieprodukt ist. Aber ja, diese, wenn ich das richtig jetzt im Blick habe, 2019 soll es, glaube ich, gewesen sein. Und das war in Tokio, als Saedi Molaei, wenn ich es jetzt richtig ablese, antreten sollte gegen Sagi Muki. Und das war damals offenbar nicht genehm. Genehm, das ist die reale Grundlage, die wir hier haben. Das habe ich jetzt nochmal rausgesucht, weil ich diese Namen nicht im Kopf hatte. Die aber übrigens dazu geführt hat, das können wir vielleicht sagen, dass der, als kleine Ergänzung, dass der Iran in Zukunft nicht mehr teilnehmen durfte an Judo-Wettwerfen, Wettkämpfen, also gesperrt, dauerhaft. Ja, verdient, würde ich mal sagen. Ist natürlich doof für die ganzen Sportler und Sportlerinnen. Das muss man auch sagen. Das würde ich auch noch gerne anmerken, bevor ich es vergesse. Ich finde es auch ganz schön, dass der Film relativ klar macht, dass halt diese Regierung halt echt scheiße ist, aber dass nicht alle im Iran das gutheißen. Ich finde, das bringt der Film auch ganz gut rüber. Weil oft hast du halt dieses Bild von wegen Iran und alle, die im Iran leben und wohnen, sind auf jeden Fall klar auf der Seite dieser Regierung. Und das macht der Film auch sehr deutlich, wie ich finde. Und auch ganz schön, dass halt eben auch im Iran halt in Anführungszeichen ganz normale Leute leben, genau wie in Deutschland, in England, in Peru, was weiß ich. Ja, da haben wir als Filmfans und Filmkritikerinnen natürlich auch nochmal einen anderen Einblick, weil wir ja auch die ganzen Filme sehen von all den Regisseurinnen und Regisseur, die im Iran verfolgt werden, die zum Teil fliehen müssen oder nicht zurückkehren dürfen in den Iran. Der Iran ist das einzige Land der Welt, das seine eigenen Leute rausschmeißen kann tatsächlich. Wie zum Beispiel Mohamed Rasulov, der jetzt erst kürzlich in Cannes zu sehen war nach einer spektakulären Flucht aus dem Iran, wo ihm eine langjährige Haftstrafe drohte eben, weil seine Filme nicht genehm sind. Und er ist ja bei weitem nicht der Einzige. Jafar Panahi ist ein anderer iranischer Regisseur, der immer wieder unter Hausarrest steht, im Gefängnis lange war. Unter Druck steht, seine Filme nicht so zu machen, wie er sie macht oder gar keine Filme mehr zu machen. Also, dass da viele Leute dem Regime sehr, sehr, sehr kritisch gegenüberstehen und darunter auch schwer zu leiden haben, das dringt immer wieder durchaus nach außen. Hast du noch irgendwas, was zu Tami loswerden möchtest, außer dein Fazit? Nein, ich habe alles gesagt. Gut, dann darfst du jetzt weiter sagen, und zwar dein Fazit. Ja, Tatami, das war der letzte Film von Guy Nettif, der momentan mit einem ganz anderen Film in den Kinos ist, nämlich mit Golda über die israelische damalige Premierministerin Golda Meier. Diesen Film hier finde ich weitaus besser gelungen. Er ist sowohl visuell stark, als auch, das ist die größte Stärke, wirklich überhaupt hervorragend, gespielt von seinen beiden Hauptdarstellerinnen. Ein Hochspannungssportdrama, das auf jeder Ebene funktioniert und hervorragende Unterhaltung liefert, bei der man durchaus aufgefordert wird, auch menschlich und politisch mitzudenken und mitzufühlen. Also kein hochintellektuell tiefgreifendes Meisterwerk, aber Unterhaltung erster Klasse und dafür darf es auch eine Medaille beziehungsweise Empfehlung meiner Seite geben. Ich finde den Film richtig stark bebildert, stark gespielt und unglaublich spannend. Er hat hier und da vielleicht ein paar kleine Federchen und ist nicht ganz, also könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr in die Materie gehen, die blödliche und gesellschaftliche. Nichtsdestotrotz war das ein unglaublich spannender Kinobesuch. Ich würde diesen Film auch definitiv empfehlen und hoffe sehr, dass es den Sportlerinnen in Iran irgendwann in Zukunft mal besser gehen wird. Das sei gesagt. Bis zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine Webseite. www.tele-stammtisch.de Ihr könnt aber auch auf Discord gehen. www.tele-stammtisch.de Da könnt ihr auch unseren Community-Server schoßen. Da könnt ihr mit uns plaudern, uns Feedback geben, mit uns Spaß haben, was auch immer ihr wollt. Da ist alles möglich. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns dort in Zukunft mal wieder. Ich sage jetzt erst mal Tschüss und Lida, dir gebührt das letzte Wort. Ja, welchen Gürtel habt ihr? Habt ihr nur den gelben Streifen? Den gelben? Was kommt eigentlich danach? Orange oder Rot? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare oder was ihr sonst alles zu sagen habt. Macht's gut! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus 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 Applaus